Guten Morgen! Ich habe irgendwie die letzten Tage meine alten Vlogs mal wieder angeguckt. Und ja, es ist so Zeit, dass ich wieder Vlogge, weil es ist so schön, es selber mal wieder anzugucken. Da kommen voll die Erinnerungen hoch und ja, deswegen versuche ich heute mal zu Vloggen. Ich bin in Rathingen unterwegs. Ich begreite da eine kleine, süße standesamtliche Hochzeit mit ein paar wenigen Gästen. Das Paar ist schwanger und möchten einen kleinen Kreis heute feiern. Und jetzt warte ich auf dich. Ich bin sehr überpünktlich, verweist ja nie. Und ja, mache mich jetzt auf den Weg noch einen kleinen Kaffee und dann geht es los. Ich freue mich. Ich bin gerade mal ein bisschen am Location scouten. Ich bin nachher zu früh dran. Und ich glaube, hier werde ich das paar Shooting machen. Fällt mir gut. So und schon bin ich wieder zu Hause. Es war so, so eine schöne Trauung. Wirklich eine der tollsten Standesbeamtinnen, die ich kennenlernen durfte. Sie hat so eine schöne Rede gehalten. Toll. Das Paar war auch so natürlich, so authentisch. Ich bin echt lustig drauf. Es hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und das Wetter hat mitgespielt. Es war echt schönes Wetter. Und jetzt sagt mal noch einer, Winterhochzeiten können nicht toll sein. Ich mache jetzt Backup und ich freue mich so die Bilder anzugucken. Ich bin riesig gespannt. So, ich bin schon wieder unterwegs. Und zwar zum nächsten Vorgespräch. Und zwar schon fürs nächste Jahr im Sommer. Ich freue mich schon auf die zwei. Ich bin gespannt. So und die erste Vorauswahl der Bilder von heute habe ich mich auch schon. Fleißiges Bündchen und so. Samstag frei. Das bedeutet Friends und Family Time. Wir sind jetzt in ein VR-Virtual-Reality-Game gefahren. Wir haben schon den ersten Teil mal gespielt. Und das macht mega Spaß. Macht so die Brillen auf. Sieht quasi nichts. Aber durch die Brille siehst du dann quasi, wo du irgendwo hinläufst. So einen kleinen vier Quadratmeter vielleicht, wo du dich bewegst. und dann kannst du greifen, Tuch und machen. Man muss Fälle lösen wie beim Escape Room auch. Ich freue mich voll. Und dann geht es nachher auf schön Essen. Na, das fängt ja schon mal gut an hier. Du bist live. Du bist live. Ich bin live. Oh, ich bin live zu greifen. Also, richtig auch nicht. Ich sehe hier ein Gebirge. Aber wo muss ich hinlaufen? Oh. Es wird schwummerig. Aber war ganz cool. Und zu viert geht es auch recht gut. Spieleabend. So, Sonntag. Gestern war es richtig schön noch abends. Es wird so viele Abends. Jetzt geht es sporteln. Und noch ein bisschen arbeiten. Weil nächste Woche geht es für mich ins Allgäu. Da habe ich eine wunderschöne Elokmenthauzeit. Die zwei kommen aus Australien und hauen ab. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und verbringe dann noch zwei, drei Tage mit Schatzi in den Bergen. Bei Freunden in Zürich. Das heißt, ich hoffe auf. Und der nächste Vlog geht dann auch weiter.